Der Great Santyons National Park in Colorado liegt auf von 2700 Meter Höhe und da gibt es Sanddünen wie in der Sahara. Das ist der Wahnsinn. Im Hintergrund hast du dann die schneebedeckten Berge und hier eine Bruthitze. Der Sand glüht förmlich. Die Heidjung ist, seit ich mich erinnern kann, so an die 280 Meter hoch. Kaum zu erklimmen, aber wenn man also vorschaut, da sind also doch einige Leute, die da auch rauchmaschieren. Das war ein Respekt. Das war ein Respekt. Das war ein Respekt. Oh, da ist er ganz klein. Die Manni hat das Sand geschaut in seine Offenung. und das war ein Raschröge von einem Tor. Statue von ihr. Nummer Ausbrücher läuft. Möge 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 Möge. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018